So, es geht weiter bei Reft, im Netzfuchs nach dem Intro. Wir können so Pfeile machen, aber keinen Bogen, weil wir keine Bolzen mehr haben. Ich seh hier auch nix in der Nacht. Ja, Dreckshai beißt mich nur. Ja, wenn ich segeln werde ich nochmal weghecken. Also für alle die, die jetzt wieder auf YouTube zuschauen, ich hab den Stream kurz ausmachen müssen, was alles hier wieder einstellen müssen. Ich musste mich komplett sterben lassen, mein Charakter war verpackt. Er ist ständig am Gift gestorben, in dem ich in der Suppe gelegen habe. Das heißt, ich musste auch das Spiel komplett neu starten und hab einmal Invertar verloren. Yay. Wildbeere, wo reinst du denn rum? Auf der Insel oder was? Ja, ja, klar. Okay. Sag mal, ich hab den doch gerade repariert. Ah, der Dreckshai, ey. Ich warte, bis es hell ist, dann versuche ich nochmal zu gucken, ob ich hier nicht Metall finde. Weil Metall finden wir, glaube ich, echt nur am Boden, ne? Ja, ich mein schon. Jawohl, guck ich mal, ob ich die Bienen hier einfangen kann. Muss ja irgendwie gehen. Ich zeig mal was. Ich zeig mal was. Also wie gesagt, ich gucke mir selbst Woll und Quasch da. Ich gucke mir selbst auf dem Tablet zu. Da ist es okay. Nicht ganz so butterweich, wie es sein könnte. Mit 120 Frames, dann klar. Problem ist, ich muss auch die Aufnahme beenden. Ich kann leider bei dieser Software nicht umstellen, wie ich streamen möchte, während die Aufnahme läuft. Das ist ein bisschen doof. So, Mondlicht geht gleich unter, dann geht die Sonne auf und dann gucke ich nochmal. Ach, warum rennen eigentlich diese Bären eigentlich immer so unnötig lange hinterher? Ich glaube, die verlieren die Aggro nicht mehr. Das ist voll dumm, ey. Ja. Wie gesagt, das ist noch ein Early Access Titel, ne? Ja. Wenn du in längere Zeit in dieselbe Richtung läufst, dann sieht man es deutlich, okay. Versuche ich mal. Ja. Ja. Wenn ich mal mal halt, äh, 720 und 120, mein Gott. Dann müsste ich das aber, oh, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie YouTube das handhabt. Wie zur Hölle ist dieser Bär so schnell hier runtergekommen? Ey, das gibt's doch gar nicht. Die Bären sind nervig. Die Bären sind nervig. Die Bären sind die Endgegner hier. Das kann man so schon ganz krass sagen. Du brauchen ja für den besseren Haken auch Metall, sieht so aus, ne? Ja, klar. Weil mit dem Standardhaken baust du ja ewig ab an einem. Ja, brauchen wir auch im Bolzen. Das Problem ist halt, ich springe jetzt da rein, der Hai sieht mich direkt, kommt auf mich zu, beißt mich einmal, beißt mich zweimal, beißt mich dreimal und ich bin genervt. Ah, da kommt der schon. Versucht drüber zu springen, hat geklappt. Das ist sicher Schrott, aua, 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 Drecksheim. Das ist sicher leider nur Schrott in der näheren Umgebung. Ne, Herr Gens, wirklich. Lass uns nochmal wegfahren hier. Das bringt nichts. Ja. Wir brauchen Ausrüstung, wir brauchen Metall. Wir brauchen nochmal eine schöne kleine Insel oder so. Kann ich mit Steine auf den Hai schmeißen? Da ist er. Ja, geht. Weiß nicht, ob es viel bringt, aber es geht. So, hallo, krasser Rettener, schön, dass du reinschaust. Alles gut bei dir. Okay. Weil ich warte, bis du wieder da bist, dann fahr mal weiter. Wie gesagt. Ich wünsch dir, hier wär was, aber... Nein, krieg ich jetzt erst schnell noch nicht gekillt. Wow, okay, rett mich mal, ich lieg neben unserem Floß. Ich bin irgendwo da ins Wasser eingeschlagen. Okay. Jedes normale Spiel kriegt Sinn zu programmieren, dass wenn man mit Wasser landet, dann kriegt man keinen Fallschaden. Aber nein. Okay, ich such dich gerade. Wir sind... In die... Guck ich in die richtige Richtung? Nein. Links vom Boot, oder was? Ja, links vom Boot. Okay. Ich bin da oben in die Fiberrunde. Ah, ich seh dich. Ich seh dich. Ja, Mutti sind die Bären hinterher gesprungen und haben sie überlebt. Das traue ich dem Spiel noch zu? Ich auch. Da heißt glaube ich gerade auf Knabberkurs. Naja, hier sieht er mich jetzt komischerweise nicht. Angst vor dem Bären. Trage ich dich auch mal hier. Ist doch... Ist doch... Ist doch super. Das ist das Arte Wasser ohne Weichspüler. Ja, da hat der Rentner recht. Ja. Hätten sie mal mehr Weichspüler ins Wasser gekippt, dann wäre das nicht passiert. Okay, ich mach den Anker hoch. Wir kommen wieder. Wir lassen uns jetzt einfach mal treiben. Ich hab gar keine Bienen gesammelt. Mann. Jetzt hauen wir mal den Arsch an oder was? Ne. Hä? Das Ruder, da würde ich mir wünschen, dass es wieder automatisch in die Mitte geht oder so. So, drehen wir nochmal nach rechts. Können wir jetzt rumkommen? Nicht wirklich. Wie steht denn der Wind? Können wir mit den Segeln was reisen? Natürlich nicht, oder? Doch. Muss ja mal hier wegkommen von dem Ding. Ja, da hast du vollkommen recht, Rentner, ja. Wir waren eigentlich nicht so schlecht ausgestattet. Aber ich bin dann ein, zwei Mal doof gestorben. Dann hat noch das Equipment gefehlt. Beziehungsweise gefehlt, dadurch dann gefehlt. Dann noch der Bug gerade eben, da warst du noch nicht da. Dass ich neu starten musste, den ganzen Server und mich töten lassen musste. Wenn du noch mal in der Vatara weg bist. Na. Aber vielleicht, warte mal. Du hast noch was eingesammelt, Herr Gens. Vielleicht haben wir schon die nächste Notiz. Ne, noch nicht. Wir haben zumindest den Hammer, die Bruno-Sägeblatt, die Glühbirne und Wildbären haben wir. Aufnahmegerät. Aber die Machete haben wir doch auch. Mhm. Haben wir da jetzt nicht angezeigt. Egal. Geht's da rein? Da geht's doch rein, oder? Oh, also das Segel mit dem Drehen, was sie sich da programmiert haben. Ich glaube, nichts. Mal wissen, was da ist. Vielleicht gibt's da Metall. Schwimmt zumindest ne Planke, oder so. Oder Plastik, oder? Und? Nee, das ist ne Spitze. Und da geht's nirgends rein, nirgends weiter? Nö. Öffne für auch. Okay, okay, okay. Wir drehen ja schon rum. Hier am Rand irgendwas? Nö, ne? Oh, okay, okay, okay. Das geht schon. Ist fast halt Platz. Der Kochtopf. Hier geht es wieder am Kochen. Sehr schön. Aber ich würde sagen, so ist es doch eigentlich ganz gut, oder, wenn wir so fahren? Jo. Nervt mich halt für Sie, dass wir jetzt hier weg müssen. Ja, natürlich, klar. Ich wäre auch gern da geblieben. Ganz klar. Endlich wieder Musik. Ha. Marschmann der Glückswels hier. Was habe ich denn gekriegt in dem Fass? Warum sehe ich denn nichts Gutes? Gut, wir haben es ja auf der Karte. Wir kommen ja wieder. Ja, gerne. Rentner, hau raus. Für Tipps sind wir immer dankbar. Nur krasse Story-Spoiler, die wollen wir nicht. Ansonsten Tipps, gerne. Codec той ist ein bisschen da, um uns an, um ein Was, und uns an seinem Karte. Wir haben das immer ein, was ichRun. Ich liebe uns an, ob es um nicht hier irgendwie régioner. Weil wir uns das gerne überarsi. Und wir haben wohl noch ganz das Borinnen. Wiratschellen, da ist es ja immer wieder gut Und wir haben äh, also etwas mehr in was wir da. Und wir haben da, uns tut weiter. Schon wieder voll, ja? Lass ich gerade einfüllen, da nehmen wir das mehr. Na gut. Shiranimo! Es ist so unbefriedigend, wenn einfach nur Planken und Plastik drin sind im Fass. Oh, das sind die großen. Ich so, ich leg mal eben drei große Lachse drauf. Aber dann sehe ich auch. Das ist dann doch ein bisschen viel. Zumindest verhungern wir nicht mehr und ertrinken erst einfach, ertrinken. Wir verdursten nicht mehr. Das ist schon mal... Das haben wir ja schon länger geschafft. Er wirtschaftet den Zustand. Kann doch mal ein Bolzen drin sein, oder? Naja. Die Motoren hast du schon wieder aufgefüllt, sehe ich. Naja, habe ich schon gemacht, bevor wir die Insel übertreten haben. Ich habe dich doch gepiext! Verdammtes viel. Äh... Immer von innen nach außen verstärken, weil der Hai dann das nächste Fundament angreift. Ja, das haben wir schon ein paar Mal gehört. Ja, danke dir. Angreift, was von außen ist und wenn das Wichtigste draufsteht, ist es weg. Genau. Deswegen habe ich aus Paranoia... Und ich glaube, das ist auch damit geschuldet, dass wir jetzt kein Metall mehr haben. Weil es ist ein Zeitpunkt, wo wir viel hatten. Habe ich alles verstärkt, wo wichtige Dinge draufstehen. Also die Bäume zum Beispiel, die haben wir nicht. Aber unser Essen draufsteht und so, ne? Komm schon! Wieder nächste. Eine Insel, wir brauchen eine Insel. Eine Insel! Mach das eigentlich, Rentner, du hast auch Ahnung. Mach das eigentlich was aus, ob wir zwei Segel aufmachen oder ob wir die draufstehen haben, oder das ist vollkommen egal. Also wir haben jetzt nur ein Segel auf aktuell. Und das zweite Mal noch aufmachen, aber... Ich bezweifle, dass das irgendwie was bringt. Wir haben jetzt zwar mal ein zweites Gesetz, aber... Ne, so rum, ne? Ne... 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 Da fährt ein Fass vorbei, aber ich springe nicht rein, da ist eh noch Crack drin. Jetzt sind nur zwei Fässer an der gleichen Stelle. Drei Fässer an der gleichen Stelle. Wollen die mich ärgern? Okay, jetzt bin ich gleich wieder da. Ja, lass ich nicht fressen. Zwei Fässer hole ich. Das dritte ist zu weit weg. Wenn du weit genug weg bist, dann kommt der Hai auch nicht. Kommt vom Schiff. Erst wenn du wieder näher rangehst. Oh, was war das? Hm, Knall. Die Nachbar sind mal wieder heimgekommen, ne? Ich verstehe es halt nicht. Türen kann man doch... Kann man doch ganz leicht zumachen. Warum muss man die batschen? Erstehe es nicht. Tja, macht mehr Spaß. Kommt den Nachbar ein bisschen ärgern. Das Problem ist halt, dass... Ja, das ist halt ein altes Haus. Und so mit Luftdruck und so. Und dann scheppern bei mir alle Türen und alle Fensterrahmen und so. Und gut, Fensterrahmen jetzt bedenkt nicht mehr. Aber... Hauptsächlich die Türen alles vibrieren und denkst du so... Alter. Oh, ich hätte schon gerne wieder ne Angel, ne? Was fehlt uns dafür? Auch Metall, oder was? Ja, klar, brauchst du ne Metallangel. Angelrute, einen Bolzen brauchst du dafür. Ich kalte Ausschau nach Inseln, aber noch sehe ich keine. Ja, doch. Ach ne, ist die Große hinter uns. Ja, ja, von der können wir hergekommen, von der treiben wir langsam weg. Wir können ja auch mal in die Richtung treiben, wo der Wind eigentlich kommt. Dann sind wir ja noch mal schneller unterwegs, weißt du? Mhm. Ja, also weg, weg. Die Richtung. Kommen wir vor allem schneller von der Insel weg, ne? Dann müsste uns auch eigentlich mehr ins Netz gehen. Weil wir schneller und schneller unterwegs sind. Ja, gerade fahren wir halt von dem weg, was das Spiel uns generiert hat, was wir kriegen sollen. Aber das ist ja normal. Na? Ist es eigentlich momentan egal, wie rum das Ruder steht? Steht es nicht gerade? Doch. Meine Ahnung. Ja, doch, also ich glaube nicht 100%. Jetzt glaube ich. So. Türknall ist neuer, aggressiver Therapie. Schreibt Trend nachher. Kann man, kann man so sehen, ne? Soll ich direkt schwimmen gehen? Haha. Zumindest reparieren ist nix. Also. Ich denke, wir werden diverse Dinge in den zweiten Stock dann verlagern müssen mit der Zeit. Die Rohre-Rentner, da kannst du uns nochmal, oder mir, hier geht es dann zwangsweise auch, einen kleinen Tipp geben, beziehungsweise einen kleinen Spoiler geben. Ach, die müssen wir auch noch herstellen, die Machete. Ne, ich hab eine. Siehste, wir hätten nur Bee-Jar. Ich hätte nur ein paar Bienen sammeln müssen, dann hätten wir hier so eine Beehive bauen können. Wir hätten immer frischen Honig. Wie, du hast eine? Für ne Heilsalbe. Woher, woher hast du eine? Eine was? Eine Machete. Ja, weil ich das da irgendwie gefunden hab. Die hast du im Inventar zum Ausfehlen, oder was? Ja. Muss man ja machen, ähm, ich hab dir auch gesagt, da ist irgendein Durchgang, den ich nicht freischneiden kann. Ja, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, das war das. Das hatten wir dann schon gefunden, okay. Ja, krass, dass das ein Gegenstand ist jetzt. Dann stellen wir gar kein Sperr mehr her, dann nehmen wir gleich die Machete. Ne, ich kann die nicht. Warte mal, bin ich blöd? Da auch unter Waffen musst du finden. Doch, Tatsache da, ja. Ja, es ist doch die nächste Weiterentwicklung. Hm, dann wird das vermutlich ein stärkeres Gerät sein. Die Machete war in der Bärenhöhle. Da ist ne Insel! Insel! Oh. Ich lenke auf sie zu. Ah, rechts von uns, ja. Du müsstest die Segel dann anpassen. Sofern das geht. Und ich schmeiß mir die Motoren an. Holz haben wir genug. Ja, wir haben Seitenwind. Wir werden das schon irgendwie hinkommen. Holz haben wir genug, sagt er. Hast du mal in die Holzkiste reingeguckt? Wie viel Holz ist da jetzt nicht drin? Also ich hab 48 dabei, 38 dabei. Och, ja. Und in der Holzkiste liegt 8. Ja gut, dann hast du gemobst. Ja klar, ich brauch was zum Kochen. Ah, ich hab immer brav eingesammelt und nix ausgegeben. Und, kommen wir dran? Ja, wir haben schon ein bisschen Gegenwind. Kannst du nicht Seitenwind nennen. Komm, ich stell's Ruder ein und du schmeißt drei Motoren an kurz. Pack aber die Segel vor da rein. Ach, komm, wir kommen vorbei hin. Da kommen wir nicht hin. Wir segeln vorbei. Wir haben Gegenwind. Vielleicht könnte das klappen. Ja, sorry to. Aber wir haben Gegenwind. Ja, klar klappt das. Ach, das ist Seitenwind. Hm. Von der Seite. So, das wichtigste Metall. Jo. Alter, hackst du mit ewig mit dem Hammer. Mit dem Hammer hackst du? Ja, bis du den Baum halt gefällt hast. Mit dieser Axt meine ich. Mit dieser abbildigen Axt. Naja, ich weiß was du meinst. So. Genau, was ich wissen wollte mit den Rohren. Richtig. Ähm. Und zwar, jetzt sind wir hier halt gerade an dem Wasser. Ich würde gerne, in naher Zukunft, weil uns wurde ja schon, ich glaub auch von dir, bin mir nicht mehr ganz so sicher, darauf hingewiesen, dass wie wir die Motoren gesetzt haben, sie setzen viel so weit auseinander und das ist eher suboptimal. Und das glaub ich. Und dann würde ich sie gerne in die Mitte setzen, so einen kleinen Maschinenraum bauen. Und die Frage ist, ich würde da nur ein Feld in der Mitte freilassen, aber ich muss ja auch noch Rohre verlegen. Das geht ja dann gar nicht, ne? Ich hab den Hall gefunden. Okay. Mir lieber, wenn du Metall findest. Ich muss was essen und was trinken an Bord, dann geh ich nochmal suchen. Ich mein, es ist doch eigentlich gar nicht mal so schlecht, die Idee, die ich, die Taktik, die ich hier fahre. Knabbert der? Ne. Ähm. Ich beschäftige den Hai. Ja, weiter. Der übrigens bald tot ist, wenn ich noch ein paar mal pikse. Ähm. Und du kannst dann ihn gemütlich abbauen, weißt du? Gerade, weil es noch so ewig dauert. Ich muss aber noch ein gutes Jahr kommen, was vielleicht hier. Okay, die Machete ist richtig scheiße zum Kämpfen, muss ich so leider sagen. Okay. Ja. Ja, ich bin gleich tot. Das ist ja... Also noch behinderter hätten sie die Animation nicht durchführen können. Sorry. Das ist ja richtig grauenhaft. Wahrscheinlich. Wenn du nah ran musst, oder was? Ja, der sticht sich erstmal selbst halb in den Brustkorb, bevor er dann irgendwann mal meint, ja, ich muss jetzt da mal was anderes pieken. Okay, dann bleibe ich damit nicht mit einer Möwe erschlagen. Dann bleiben wir beim Speer. Okay. Bis der zugeschlagen hat, ist die Möwe zwölfmal geflogen. Man kann die Rohre auch in der Luft legen, aber dann gehen sie nicht durch die Wände. Also, meine Idee war, ich kann mich hier grad nochmal hier hinstellen, dass das hier unser Mittelgang ist zum Durchlaufen. Und dann kommt hier ein Motor hin, hier weiter vorne kommt einer hin, hier und hier. Das wir quasi in der Mitte so einen kleinen Maschinenraum haben. Und das wäre so meine Idee. Aber wenn du sagst mit den Rohren klappt das nicht, ich muss mehr Platz in der Mitte lassen als einfällt, dann würde ich das erst nochmal verwerfen. Meine Gedanken, meine Ideen. Wenn es geht jetzt den Haien noch nicht töten, die schmilzt mit gerade Eisen. Das wäre dann verlorene Zeit. Naja, ist okay. Achso, ich habe doch hier noch so Sauerstoffflöscheln irgendwo rumliegen. Kann ich auch schon mal einpacken hier. Flossen haben wir keine mehr. Ne. Habe ich nie benutzt. Bisschen gut. Bisschen gut. Biss fix unterwegs. Biss so schnell unterwegs wie der Hai schwimmt. Also kannst du mal rein hier mit Trackschwimmen. Machen. Machen. Bring doch mal den Hai zum Bär. Also wir brauchen irgendwann mal einen dicken Vorrat an Planken auch jetzt. Das versuche ich gerade. Ich kann noch mal ein bisschen hier am Wasser sammeln. Die Tanks haben wir schon gesehen. Für Biodiesel. Aber für Biodiesel brauchen wir auch Honig. Die Tanks? Die Tanks haben wir nicht gesehen, oder? Die Tanks können wir bauen oder ich weiß. Echt? Also ne, ich habe ja gefragt. Rentner. Alles gut, wenn ich Frage nach Infos, dann weiß ich, also ich wusste ja dann schon, dass da vielleicht noch was kommt, was wir noch nicht haben könnten. Von daher sehe ich das nicht als Spoiler, alles gut. Da ist noch Metall. So, das ist von mir aus ganz ja noch ein Killen. Fuck, ich habe keinen Platz mehr. Für Metall. Ja, ich habe zu viel eingesammelt durch Blanken und Blätter. Ich habe immer gerade geblättert, das Wasser gepfeffert. Da haben wir echt genug. Die Blätter? Ja. Scheiß Hai ey, ehrlich. Wo ist er denn jetzt, hä? Jetzt verpisst er sich wieder sonst wo. Jetzt kommt er wieder, wo ich Luft holen muss, gell? Jetzt kommst du wieder, ja. Hat er mich gekillt, super. Echt jetzt? Ja, klar. Ich muss deine Tode aufholen. Wo bist du denn? Ungefähr? Wo, wo, wo? Wenn du mit dem Floß auf die Insel drauf guckst, rechts, glaube ich, irgendwo. Und ich war eingesprungen. Tauchst du, bist du, schwimmst du dann automatisch oben oder? Ah, ich sehe dich. Du bist aber hinter uns. Ja. Ich glaube, der Hai kommt nicht mehr, der ist satt. Ah, da ist er. Schön doch. Da ist er noch. Töte es. Habe ich versucht, aber der Speer hier ist eher... Okay, ich sollte, ich sollte zurückkommen. Fuck, 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 fuck. Gut. Und zwar noch einmal erwischt, aber... Wollen sie mal nicht übertreiben. Ah, ich habe noch Metall zum Schmelzen. Natürlich. Da sind noch ein paar Bretter da. Weg damit. Jetzt haben wir nur noch mehr als genug ein. Federn. Plastik. Steine. Ach, Mann. Nein, geh weg. Ach, ich habe auch gleich keine Lust mehr. Was denn? Wieso ruhen hätte der mich momentan die ganze Zeit? Ich bin schon wieder tot. Ich lege schon wieder da. Was machst du denn? Zuerst ist er weg. Dann drehe ich mich um und dann war er wieder da. Das kann doch nicht sein, dass er innerhalb von drei Sekunden quer durch den Ozean geht. Wo bist du denn gestorben? Da, an der gleichen Stelle. Inhalb von drei Sekunden ist er durch den halben Ozean. Ja, aber du musst doch erstmal warten, bis du wieder HP hast, bevor du reinhüpfst. Ist doch klar, dass du sonst direkt wieder stirbst. An der gleichen Stelle da unten. Ich meine, wie gesagt, so ein bisschen Mechanik ist hier halt schon drin, Survival. Und der ist halt unser Gegner. Ich weiß. Ich weiß. Okay. Bissen hat er mich nicht, aber mein Speer ist kaputt. Was kostet denn der billige Holzspeer? Ne, warte, was kostet der Metallspeer? Zu viel haben wir aktuell noch nicht. Oder? Und vielen Dank für dein Follow. Yuna Kura. Ist das ein Anime-Name vielleicht? Freut mich. Danke dir. Klingt sehr japanisch angehaucht. Auf jeden Fall. Hab nicht, hab letztes Zeit nicht mehr viel Anime gesehen, um zu sagen, gar nichts. Er ist tot. Kannst abbauen gehen. Na, endlich. Scheißvieh. Scheißvieh. Na ja, wir haben ein paar Räume. So. Da will sich jetzt wieder die drei Brocken Eisen, da sind sie. Zum dritten Mal ist es mit drei Brocken Eisen da unten absammeln. Echt, da weißt du, was du gemacht hast? Den Haikopf werfe ich weg, wir haben genug. Die Rübe, würde ich sagen, gönne ich mir gleich. Nein. Achso, die ist gebraten. Ja, dann schon. Achso, du meinst... Oh. Ja, die Rohren bitte nicht. Wir haben keine Rohrenrüben mehr. Hä, wieso? Du hast doch welche gesammelt? Ja, aber die hab ich vorher direkt auf den Grill geschmissen. Jo. Ja, wir sammeln wieder. Ach, Stein, das soll hier drüben rein. Aber hab ich doch gerade weggeschmissen. Wird hier noch bekloppt? Warum hab ich denn sechs Pfeile mit mir? Die packe ich auch mal in unsere Steinkäste hier rein. Und, oh, wir haben jede Menge Leder. Warte mal. Ach nee, wir brauchen Wolle für den ganzen Scheiß. Final Fantasy, natürlich. Natürlich. Jetzt, jetzt fällt mir's ein. Dunkel war's, der Mond schien hell. Natürlich. Kommt nicht diesen Monat das Remake? Von 7? Ist es nicht soweit? Der erste Teil? Also, die erste Episode. Seid ihr schon gehypt? Ähm. Ich schlepp noch Schrott mit mir rum und Kokosnusser, die ich nicht brauche. Wo Materialien hier oben rein? So. Luft wird überbewertet. So, jetzt hab ich natürlich gar nicht noch mehr was gelesen. Blöde ist, dass man alle Motoren einzeln anstellen muss. Ja, genau. Dass man nicht alle auf einmal steuern kann. Ja, das wär irgendwie schön, wenn's da so ne Zentralsteuerung gäbe. Da geb ich dir recht. Aber die Frage ist, würde das so klappen mit meinem einen Feld frei in der Mitte? Oder sagst du, das ist zu wenig? Schon wieder nur Kupfer, oder? Oh nee, ist Metall. Metall. Da heißt, wieder da. Na gut, und jetzt werde ich mit der Insel hier. Sofort. Schon wieder so schnell da. Kann man mal ein bisschen Metall jetzt sammeln. Ich hab mir nur, ich hab mir nur mal den Speer gebaut. Dass ich zumindest mich wieder verteidigen kann. Oder dem Halbwegs, was er töten kann. Ansonsten, ich würd sagen, noch eine Insel brauchen wir mindestens, ne? Ich mach den Anker mal wieder hoch. Hab ich noch Planken gesammelt? Hab ich schon weggepackt. Okay. Aber Erz hab ich noch. Kupfer. So, wir haben mit Wind in... ...die Richtung da. Feuer frei. Ich erwisch die nie in dem Nest. Was machst du? Wie machst du das? Ich lauf ganz normal hin. Und dann piekse ich einmal. So, also. Du schreibst, die Rohre brauchen immer ein Feld zum Hinlegen. Also, wenn du die Motoren links und rechts legst, brauchst du also zwei. Das heißt, wenn ich dann sage, hier ist... ...in die Mitte unseres Schiffes. Und ich möchte diesen Gang hier haben. Dann kann ich den Motor nicht hier ansetzen. Dann muss ich dieses Feld, noch diese Reihe... ...für Rohre frei halten, quasi. Okay. Das hab ich mir schon fast gedacht. Hm. Problem ist, ich würde gerne unsere Küche im Erdgeschoss lassen. Aber das geht uns der Platz dann aus. Also, so das Hauptproblem. Ja, ich brauch Luft. Ich bin der Kura. Ja. Ich weiß, Atmen wird überbewertet, aber ich brauch Luft. So. Dass seine Interessanteilung so leckt. Was? Ich hätte mich gerade auf Raft gefreut. Ist besser entspannt. Ach so. Alles klar, Jakua. Vielleicht kannst du aber auch umstellen. Ich müsste Transcoding aktiv haben. Vielleicht kann das mal einer im Chat hier gerade schreiben. Wenn Transcoding aktiv ist oder ihm. Ihm oder ihr. Das kann man ja umstellen. In der Regel. Nicht immer. Aber immer öfter. Ich hätte gerne eine bessere Anzeige, wann das voll ist. Und danke für dein Follow. Rentner, freut mich. Ein Fass. Ein Fass. Holt das Fass rein. Schrott und Stein. Die empfehlen Planken, oder? Ja. Okay. Ich bin jetzt ein Fass. meistens kommt jetzt mal wieder ein bisschen schrott rein habe ich soweit alles dein deutsch ist nicht das beste passt schon alles gut aber du bist schon deutsch oder bist du zugezogen das ist deutsch deine muttersprache ist das ist das jein ist es nicht aber da kann auch metall dran sein ach die musik oder die musik ich liebe sie gebt dem spiel ein oscar für den soundtrack juhu rein da ach kommt wegen seil und planke bin ich darüber gesprungen und hier halten wir ausschau nach inseln hast du wieder eine angel eigentlich ich bin schon dabei ok sehr gut ich würde ja auch mal die bäume hier abhacken aber erst hole ich das fast noch komm wir machen es mal oldschool hier ha immerhin schrott ja perfekt jetzt gab es auch mehr samen wieder ich finde es zwar immer noch ziemlich komisch dass man seine eigenen äh bäume pflanzen kann aber auf dem schiff aber wieso nicht ich habe doch gerade mehr ich habe doch gerade mehr Okay, ich guck noch mal. Hab ich wieder genug Planken? Ja, ich packe mal wieder ein paar ein. Wir haben nicht genug Erde, ne? Für noch ein weiteres Feld, ne? Oder wie das heißt, ne? Schmutz heißt das, glaube ich, ne? Ich glaube, das brauchen wir gar nicht dafür. Nicht? Dann guck ich gleich mal. Nein, 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 ich glaube nicht. Zirka vier fressen an was. Ne, 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 ich hab was versehen. Alle genommen. Äh. Ach, wie dumm. So. Behalte ich denn halt noch kurz die Tasse nochmal. Brauchen die nochmal Wasser? Gut. Oh, ist leer. Oh, muss er früher aufstehen. Ah, du bist am Nachfüllen. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Ich hab noch 20 dabei. Und hier sind noch genug. Also weg damit. Ah, jetzt dauert's, ne? Ja, ist klar. So, ich wollte mal gucken, was wir noch brauchen für... Da ist es dann, oder? Ja. Ach, nö. Oh, gut. Wir brauchen Nägel, aber wir brauchen Scharnier. Scharnier ist Metall, ne? Für diese große Anbaufläche. Hm. Aber Scharniere können sein, dass wir noch welche haben. Okay. Da kommt ne Insel. Sie kommt direkt auf uns zu. Ist doch gut. Okay, okay. Ich hab ja jetzt mal so ein bisschen Planung hier. Ich hab, ich hab den Plan. Das weiß ich noch. Okay, jetzt. Er ist ungefähr auf einer Höhe. Sag mal, der Hai hat ja doch wieder... will das Fass hier einfach abhauen. So, wir müssen unser Schiff mal so ein bisschen mehr managen jetzt. Ah, okay. Wunderbar, sie kommt wirklich direkt auf uns zu. Freut mich. Wunderbar. So, das heißt, ich müsste das kaputt hacken hier. Kann ich das in die Hand nehmen? Nein, okay. Brauche ich erst mal ein bisschen Holz. Wo habe ich denn? 16. Was brauche ich für diese... Ah, das sehe ich hier nicht. Das sehe ich im Baumenü. Okay, lass mich grad mal schauen. Zwei. Und für den Deckel... Naja, auch nix, ne? Da. Vier brauchen wir. Okay. Okay, kriegen wir alles hin. Da würde uns noch ein Fassflöten geben. Oh, die gehe ich grad holen. Das sind mehrere. Oh, das ist wieder ein schönes, großes Riff. Hast du dir schon den besseren Haken gebaut eigentlich? Ja, ne? Den hatte ich mal anfahren noch. Ach, du hattest den noch? Ah, sehr gut. Ja, klar. Gut, weil dann kannst du schon mal... Ich habe den Anker geworfen. Ja, ja. Nee, wir sind direkt über dem Riff. Alles gut. Ich sehe auch gerade keinen... Ah, ich sehe den Hai. Er kommt zu mir. Ha, ha. 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 Da musst du früher aufstehen. Hab ihn erwischt, er mich nicht. Hat so ein bisschen was von Theosten aus dem Mittelalter. Das spricht mir noch so aus, oder? Aua, jetzt hat er mich zuerst gewissen. Na gut. Gucken wir mal. Oh, ich sehe schon Metall. Ich sehe schon Metall. Okay, ich muss mich kurz recken. Die Zeit nutze ich auf dem Schiff. Ach so. Hm. Warte mal. Das ist ja... Egal. Was ich jetzt mache, ist nicht so optimal. Was? Nein. Nein. Das ist falsch, ja kaputt gehabt. So. Also wenn das die Mitte ist. Und wir brauchen noch ein bisschen Schutz. Dass der Fisch uns das nicht direkt kaputt beißt. Dann würde ich sagen, hier... So, kann ich den Anker... Ja, warte mal. Entfernen. Ne, Quatsch. Einholen. Einholen. Okay. Jetzt ist mir hier Platz frei. Wir werden ganz kurz treiben. Hast du noch Kartoffeln oder Rüben oder sowas? Zwei Rüben. Ja, die hätte ich gern. Warte. Nicht aufgenkriegen. Ja, das dachte ich mir schon. Ich sag's lieber jetzt mal dazu. Okay, wir werden ganz kurz treiben. Und wir ankern wieder. So. Und Deckel drauf. Na, komm her. Wieder Heckings sicher machen. So. So ist das doch schön. So ist es nicht nur mittig. Sondern, ähm... Also auch schön weit vorne. Und dann können wir gleich erweitern unsere... Unsere Bäume hier. Weil das ist hier ein bisschen, ne? Da geht mehr. So. Das heißt... Ach so, hab ich hier. Ich verstehe. Die kann man wirklich freisetzen, die Dinger. Ja, mhm. Okay. So, und das Glas bitte auch aufnehmen, ja? Welches Glas? Äh, äh, äh... Sand. Sorry. Wir brauchen nämlich Glas. Okay. So, die Öfen hast du noch nicht nachgefeuert, ja? Ich hab nix reingelegt. Also weder, weder drunter nach oben drauf. Normalerweise lege ich direkt Holz mit rein, wenn ich was reinlege. Ich bin doch jetzt Kleingärtner geworden. Power fits. Woah. Vielen Dank. Ich wundere, ein Wasser wird gerade nachgefüllt. Scheint voll zu sein. Gut. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Das kostet die Axt. Billige. Meinst du, ich kann mir eine bessere Axt bauen, oder? Ja, mach doch. Okay. Ich kann unser Metall nicht direkt wieder ausgeben, aber die Axt hält ja gefühlt ewig. Wenn hake ich ja nicht. So, kann ich das hier... Ja, ich kann es in die Hand nehmen, wunderbar. Ja, nochmal. Ich bin Perfektionist. Ich bin Perfektionist. Aber ich glaube, die befallen die Bäume gar nicht, oder? Weiß ich nicht. Okay, warte, die sitzt so gut, aber... Am Gesicht zu uns doch, bitte. So. Okay. Und das können wir dann da drüben genauso anbringen. So, wie viele Felder habe ich da freigelassen? Genau eins. Und dann haben wir da angefangen. Quasi genau so richtig... Falsch. Die Höhe passt, aber muss noch ein Feld dazwischen. Da ist die Fahne im Weg. Ach, ich habe nur ein halbes Feld... Ne, warte mal. Ach so, ja doch. So. Oh, das passt. Die Fahne wieder irgendwo hinsetzen. Die müsste man eigentlich erhöht. Das ist doch gar nicht so doof. Auf den Anker. Wobei die Frage ist, sieht man so noch, wie die Bäume da wachsen. Das sehen wir dann. So, und die Bäume erntest du auch immer fleißig ab? Und hackst sie ab? Nein. So selten, wenn ich da was weghau. Okay, weil das ist die Frage, ob wir da auch Palmen drauf bauen oder nicht. Für Holz und Kokosnüsse. Weil die anderen geben ja nicht so viel Holz, ne? Hm? Habe ich doch gerade erst... Sag mal, hä? Hast du gerade die Bäume bewässert? Nein. Ach, es regnet. Ne, wenn es regnet. Na, okay. Sag mal, ich will die Bäume bewässern. Lass mich bewässern, doofes Spiel. So, wir haben eine Stunde voll. Na, andersrum einfüllen. Gefüllt. Ich glaube, wir können bald die Insel wieder ansteuern, oder? Was meinst du? Mhm. Ähm, machen wir da nochmal weiter heute hier. Äh, füll. Ein. Ist wohl noch genug drin. Okay, gut. Im Stream geht es weiter. Bleibt dabei. Es gibt jetzt nur eine kurze Abmoderation und eine Endscreen für YouTube. Das will ich irgendwann noch besser machen und optimieren. Aber, nichtsdestotrotz, äh, für YouTube hier an der Stelle ist jetzt Schluss. Und, deswegen bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist FitzFuchs und wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017